Dankeschön, dass... Ich geh Wasser lassen. Okay, guter Anfang für Part. Achso, du Schwung. Scheiße. Ja, dann tu mal kurz Pause. Nein, jetzt mach ich alleine weiter. Okay. So, fuck, ich hab schon verkackt. Ich hab nicht regeneriert. Ich hab schon mal die Sala-Liebberge. Ich hab schon mal die Sala-Liebberge. Ich hab schon mal die Sala-Liebberge. Okay. Aber nein, ich hab schon mal die Sala-Liebberge. Ich hab jetzt gleichzeitig auch den Werkel inне單Teln. O meinst du? Black-Liebberge queuer. damit quasi eine Senhe-Liebberge hätte. Damit Experten Helena schon wegetti Golf. Die Musik ensuite. Ich hab schon mit dem Du史ới einiges gesagt. Sorry, das klappt nicht mehr, oder? Aber ich muss mich ganz entdecken. Ich glaube, es ist jetzt mal ein paar Mal gebroxt. Sonst tust du auch immer runterziehen, bevor du anfängst. Drei, zwei, eins. Hast du noch was geschafft? Ich hab sie schon einmal mit der Leiche gemacht. Mit der Leiche? Ja. Komm nicht hin. Jetzt, 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 jetzt. Warte nicht immer so lange. Und tu dir ein Pistolen-Schuss aufbewahren. Ich denke, du musst eventuell noch einen Schalter abschließen. Ich glaub sie schon mal ein paar Mal schlagen können. Ja, trotzdem. Schlag mich. Ja. Der trifft ja total aus. So. Warte, dass die Piste ist und jetzt schießt, schießt. Du hast ja gekocht, oder? Ja. Gut. Jetzt. Was? Alter, das ist gerade irgendwie... Entspannend. Auch ja. Schau, was du machen kannst. Bevor du was herstellst. Du kannst es noch. Ja. Ja. Und das was macht du kannst du schiefst so. Ja. Ja. Du kannst dich da machen. Ja. Jetzt musst du auf Nahkampf gehen. Warte, du hast ein... Ich hätte noch eine Leiche. Ja, tatsächlich. ich sehe es nicht kannst du auch leicht nutzen keine dann mach das ich hab sie halt gesehen, mach das ich kann sie bleiben oder willst du sie gleich endlich kommen wo rein kriegen endlich kommt, war geil ja weil wenn du so weitermachst wie jetzt endlich kommen wir drinnen nein, jetzt hat er noch mal geschlagen warum machst du das ich hab nur zweimal, er hat noch mal geschlagen wichser Sebastian, hör auf ja, hör auf Sebastian was ist das für ein Ort hey das kenne ich gar nicht ich bin zu oft gestorben der weiß im Ebel eine Stunde 42 Minuten Laura, hi was hast du denn die Fläche gemacht? wieso dreht sie sich dauernd? hey nicht beschweren arbeiten ich muss sie zum Angriff zwingen, dass sie auf der Leche liegt was hast du denn gemacht? na, ich dachte, du schießt wieder umsonst schießt ich schießt immer für einen Preis was was schießt immer für einen Preis zum Glück haben wir aus das kommt das kommt links hoch das war knapp das war knapp da war ich mir geworfen was ich mir geworfen Wir wissen dann, wie sie... brennen. Redford, Redford, nope. Mein Kai, ja. Danke schön. Was ist das? Nein. Wie, habt ihr nicht gehört? Aber es wird zensiert. Boah, das scheiße liegt. Jetzt saugt sie seinen Arsch aus. Der Arsch lag gleich gemacht. Wird ne lange Nacht. Wird sie so oder so? Laura, magst du mir wenigstens zeigen, wie ich weiterkomme? Ja, bis jetzt hab ich immer noch denselben Plan. Warten bis sie herkommt. Schlagen lassen. Das klappt ja nicht mal. Ja, doch. Ich lasse vom... Und er macht's trotzdem. Ja, weil ich schon gedrückt hab. Achso. Machst du einfach so dieser langen Kombo wie vorhin. Weil der ist wirklich geklopft. Bis zum wirklichen Schlag. Was? Ja. Was hat die Bombe geschossen? Ich hab auf die Bombe geschossen, aber ich hab hier eine Ahnung getroffen. Die Bombe, sie war perfekt positioniert. Ja. Dann kann man sagen. Ah, sie teleportiert wieder. Ich will... Das ist ein tausiges Basti. Dieser Kampf ist optional. Ja euere ich weiß. Was hast du mir für einen scheiß Flüsse? dat ist grad so tr Large. Jetzt bin ich dabei. Der Basti schließe es hier. Da kann ich gar nicht beschleuen. Warte, lass sie ausholen. Den Schuss bitte aufbewahren. Ich krieg da noch 3 Personen und so. Jetzt lass sie ausholen. Ich bin schon alles mit eingerechnet. Und sie hat den Kopfschuss. Ja, und jetzt wollen wir noch abkriegen. Mach das weiter so. Ich hab nur noch einen Explosionsschuss. Ja, ist halt trotzdem. Du wolltest den Tusker verschwenden, oder? Er hat grad nicht geschlagen, wo ich wollte. Pass auf, ich gucke. Ja. Viel Sinn. So, und so tust du jetzt immer schon verprügeln. Ja, wenn ich da will. Ich hab mir das gedacht. Ja. Warte, 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 warte. Der verschießt doch sowieso wieder. Ich bin drauf. Aber gerade so. Was steht's? Ja. Nein. Du musst vorerst mal deinen Sexy Hintern ziehen. Damit sie weiß, ob's doch lohnt. Erdress mich. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Nein. Das hat uns nicht zu tun. Glaublich. Das hat uns nicht zu tun. Ferts nicht zu tun. Ferts nicht. Ich weiß nicht. weg 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 jetzt wir konzentrieren weg da du bist der one punch man ok jetzt egal wie ist das menü wenn sich anspringt es ist genau das hätte für mich geschossen haben wir schon das war exakt der fremd glaube ich oder als ob sie meinen schief gehört hätte die menschen von franz an der mitte zufangen ja du bist mir sehr sehr viel kopf ist auch noch schön obwohl ich bitte es ist zwar wieder bei voller gesundheit aber lange zeit gelehnt das ist auch was oder weg 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 die ganze ecke stecken schlägt warum sie stehen geblieben wenn sie nicht einfach zu sehen doch hat sich reingefordet wird aber wird ja probieren Was machst du? Was machst du? Das ist nicht eine andere, schon keine Machete. Ja, warum? Wenn du einfach mal vor dem Kind trittst. Du musst ja schon zu Hause mal ausgehend sein. Ja, weg da. Das ist ein sehr spannender Kampf, oder? Stimmt. Also wenn wir damit keinen Zufall sind, dann weiß ich nicht, womit. Ich glaube, den Kampf tun wir mal lieber in so 10 paar Geschwindigkeit abspielen, oder? So, den Süden machen. Warum bist du in die Ecke reingelaufen? Ich bereue es, dass ich alles verschossen habe. Vor allem. Glaub ich dir. Kapitel 10. Mein Hasskapitel. Ich hab dir so oft gesagt, schieß nicht in den scheiß Zaun rein. Du hast mir einmal gesagt aufzuschießen, und das war schon, wo ich meine ganze Position verschossen habe. Das war beim Zaun. Ja. So, sag ich doch. Ja. Ja, da hast du einmal gesagt, dass du da nicht rein schießt. Das war zweimal. Du hast mir immer gewohnt. Du musst trotzdem weitergeballert. Das ist nochない. Also jetzt wird es gesagt. Das ist noch nicht. Also jetzt wird es gesagt. wie die feist wieder habe das schaum reich selber waren zu spüren auch das nützt und das genenkt hat das ist das auch das war interessant es wird gleich gesagt noch nicht besser was im getoff jetzt wird auf die bombe erfolgreich diese kommt da immer ihr scheiße die bau wieder erfolgreich machen und die dritte leichte nach der stelle von aber nein holt sie auch eigentlich auf arms ich hab den Aero gesehen, ich hab schon gesehen ich sehe ihn auch gerade, der läuft so schön du hast eigentlich auch eine Zeitgehaltung voll zu legen ich hatte Angst ich warte einfach kurz bis zum Sprung ansetzt jetzt, 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 jetzt schnell, schnell schnell legen, schnell davon das erste Mal vielleicht nicht, oder? ja gut nein hör auf damit ich hab spiel ich die Nacht an noch wir sind später genug er sagt, sie macht nicht ich hab sie müssen ganz viel gegen verloren haben ja 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 jetzt jetzt du machst keine Kopfschuss, oder? stopp weißt du was jetzt echt schlimm wäre? wenn er nicht der letzte Kampf gegen sie ist wenn er nicht der letzte Kampf gegen sie ist dann schreist du, oder? ja kopf und schuss sie teleportiert nie nein, ich hab sie getroffen ja gut äh was die sie teleportiert nie nur einmal das war das erste Mal, als sie teleportiert ist, oder? das war aber das war aber doch echt ein toll Position, alle? ja ja ich weiß er hat gefragt, nicht gesagt, er hat gefragt ich wollte, äh, da holen das ist irgendwie auch nicht ja das ist gerade sehr interessant äh äh willst du sie ganz verarschen? ja ja ich brauche eine Schüssel auf sie was? ja das Gesicht wie Sora mit dem Keyback-Realer das ist aber klappen ich glaube da kommt ein Pfeil auf sie äh äh ähm alter ich glaube ich tue da so ein Pfeil auf die Kabine können wir uns halt ziehen was hast du jetzt mit dem Feuerbezweck ich glaube das sind Faschisten, die Munition jetzt muss ich warten, dass das der Feuer was geht hoff ich jetzt auch kaum oder was? das ist schluss das ist schluss du musst, 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 du musst äh äh ok der Kampf ist, auch verloren im Posten so vis佛 ich base der Munition jo glaubst du denn wenn du Clip bist die kannst du noch ins Feuer reinlaufen wenn du sie besiegt du kannst ja noch ins Feuer reinlaufen zum sterben Alter, was macht sich das so schnell? Glaubst du, ich schnauze voll? Hast du jetzt getroffen? Wie? Mit dem Fuß? Ja. Wie? Gibt es auch mit deinem Game, was du nicht packst? Gibt es auch mit deinem Game, was du nicht packst? Ja. 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 Danke. Das ist irgendein Game, wo du keine Glitches findest. Das frag ich mich jetzt langsam echt. Was hast du noch tun? Das haben wir schon wieder ausgenutzt? Nein. Twilight Princess? Ja. Das haben wir jetzt noch wieder ausgenutzt. Ich hoffe, dass es nur Ding wird. Äh, was machst du? Ja. Das ist der Trick. Ja. Das ist auch nicht so. Nein, das ist auch die Typ. Ja, ich hoffe, ich habe alle gekündigt, wenn du stirbst. Weg! 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 Da ist sogar drei Schuss, das ist verschissen. Da hat es direkt die Hoffnung genommen, oder? Das sind halt genau die drei Schuss, die ich da hinten noch aufnehmen kann. Der scheiß Rüstl. Hi Laura. Ist das auf normal oder auf schwer? Ist das auf normal? Das ist halt nicht so schlecht. Das sind die hier in der Eimstack vor Ort. Eher so, scheiß auf die Wüte, ich mach jetzt Feuer aus. Da ist was. Ich wollte gerade sagen, verfehle am besten noch. Ich weiß nicht, dass ich snitche. Ich weiß nicht, dass ich snitche. Das sind keine Snitches. Das sind keine Snitches. Aber das ist so fällig. Der blieb. Der blieb. Das ist auch Propor, also. Was ist die? Ich will deinen Reibungslosenkampf... Ach du, bist du EX-Nitch? Das warst du. Und wirst du... ... für deinen Reibungslosenkampf sehen von dir. Ja. Wie ist das denn für dich? Ja, sehr gut. Aber ich hab das vorher noch so gut. Was hast du jetzt davon? Es ist brennend. Ja. Mein letzter offizieller Speichelspunkt war ja vor hier. Ja. Also vor dem Ganzen. Wenn du das machst, was ich gerade denke, was du machst, das machen wir doch off-screen. Ja, ja. Aber... Ich meine... Das ist nicht das, was im Grunde ist. Ich meine, ich... Ähm... Eigentlich... Ähm... Schauen... Ob ich... Weil hier dann... Also wenn ich das dann hab... Mal... Ähm... Schauen, ob es nach diesem Kampf noch weiter geht. Warum? Und sie sehen... Und sie sehen... Äh... Äh... Da noch fern... Äh... Ob ich die Munition sparen muss. Und da... Alle... Alles in diesem Kampf... Und... Ach Gott. Oh, es geht jetzt zurück. Ach Gott. Ich... 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 Öh. Eklig... Ich will den letzten Punkt finden. Bis dahin alle Munition aufbewahren. Alter, das ist... Also ich will bis zum Aufzug spielen und dann wird ja... Schon klar. das hatte ziemlich eklig das ist geschlecht meine güte bist du schlecht ich will nicht alles verschießen am anfang ich will nicht als am anfang verschießen was sie ich glaube ich habe gesammelt manu das manu das mal zutzen das wird ganz lustig eine gute das ist gut warum ja Wie kriegst du mich denn? Du musst mal ein bisschen ohne mich kommentieren. Alter, das lässt du jetzt drauf? Hä? Das lässt du jetzt drauf? Nein. Doch! Nein, wir sind nur frei von euch. Das ist schon wieder lange. Ach Gott. Ich bist sooo schlecht, weißt du das? Warum so ich wieder tot? Weil ich es diesmal wollte. Weil ich beide Schuss schon mal landet. Ich muss mal kurz Sturm suchen. Austreten. Hey, neuer Ladebildschirm. Dafür, das ist nicht neu. Ich bin gerade in ein Venzcato reingelaufen. Schnauze. Hättest du auch geschafft. Ich will ja durchrennen, aber es funktioniert trotzdem nicht. Du schaffst im Repsilver die Leunern. Also schaffst du das auch. Ich will die Leunern abrissen. Hm? Was? Ich will die Leunern abrissen. Ich will die Leunern abrissen. Ich will die Leunern abrissen. Ich will es dir erst später essen. Ich will die Leunern abrissen. Aber ich dachte, das war nicht so lange. Das sind schon über zwei Stunden. Und davon fasst sie schon die Laura. das machen wir sowieso Hau ab, halt nicht mit dir auf, hau ab Das war der Einzige, was ich verspende Das war der Einzige, was ich verspende Alter, hör auf die Wüste zu nennen Da ist einer War das gerade zum antunten? Interessant, das hast du ganz gut benutzen Ich bin explodiert Stimmt, da ist eine Bombe Da war er was Schneeke Also gut wärs, wenn ich runterspringe, hinrenne zu der Leiche und gleich verbrenne Dann müsste ich sie gleichzeitig Schuss Doch, doch, doch So Oh, du zwei Vorsicht, sagt er wie beim Lut Warum bin ich nicht für sie in der Zeit? Stimmt Das war's für heute. bei den munitionsstand sie hat sich aber nicht dafür du sie sagt doch heilig ein freund Ich hab sie nix. Scheiße, ich hab sie gekostet. Wichtig ist, dass sie... Mal... Wichtig ist, dass sie mal wieder ablegen ist. Wichtig ist, dass sie mir viel Schaden gemacht haben. Wenn sie zurückgekostet sind. Da ist noch eine Leiche. Warum noch eine Leiche? Nein, der ist nicht verbrannt. Ich... Ab sie gehört. Wait, wait, wait. Nein, zurück! Jetzt! Mach! Mach! Er hat für den Leiter draufsetzen müssen. Sehr gut. Was? Wie? Ich hab 5 Schuss für die Schuhe. Cool. Wie ist es? Das ist schrecklich. Der will. Nice. Sie bewegt sich langsam. Das muss noch ein Zeichen sein. Ja. Der ist noch ein Heftschuss. Okay. Das war ein Heftschuss. Der werde ich nicht mit mir besorgen. Sonst nie mehr als zwei Schuhe in der Position hatte. Wieso? Was? 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 Heftschuss. Heftschuss. So, Heftschuss. Ja. Das ist so schwer zu treffen. Schaffst du auch nichts? Das war sowas gerade ziemlich in Gefahr. Was? Heftschuss, Krico? Das war das sofort. Also, ich bin niemals die Schuhe. Und den brauchst du wahrscheinlich noch. Vielleicht noch. Beide ist das? Nein. Äh, ich hab sie zur Bombe gelockt. Damit. Weil die ist auch noch so. Nee, du besiegt sie, ich hab sie eine Bombe. Hast du Schatzi? Nee, bist du. Sechst sogar? Nee. Hallo. Ich nutze die Bombe. Hä? Was? Ich hab irgendwas gemacht. Warum? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich hab irgendwas eingesammelt. Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Ich hab nicht mal gesagt, was gesammelt hast. Ich muss noch schätze ich mal. Jetzt hast du noch holz und gewählt so. Ich hab keine Weiß. Ja. Boah, in die Hand. Alles Entspitzung von Gott. Nichtgefullst! Einander pulley motiviert zuMoore. Hol. life shock deano Gombe. Das ist die gute Bombe. Es geht schwer, weil die Bombe da hinten ist. Ich weiß. Hast du noch genug gehen. Du bist da oben durch die Tür. Scheiße. Das ist gut. Oh. Das ist nicht gut. Ich würde bei der Bombe jetzt nicht sterben. Ja. Das ist... Nee. Mach's nicht, dass du das kannst. Die ist so scheißifiziert. Wo geht's? Und? Wo ist die überhaupt? Ja. Ich hab die gemeint. Nee. Weil das Problem ist, ich muss das ja nicht schon losrennen. Und in der Nähe bleiben. Oh, da ist noch ein Leichen. Ja. Ich hab das alles geraumdet. Dann die Bäume an die Bräume genommen werden. Ah. Ah. auf der Stelle laufen, Basti. Ich muss doch schauen, dass ich sie erwische. Ja, dass sie kurz auf der Stelle laufen. Äh, das ist... Sie erwischt. Sie will ja auch. Das ist mies, dass sie sich mit ihrem Grab komplett krönen kann. Hab ich doch gesagt. Das wolltest du vorhin nicht glauben. Was einfach... Ich hätte aber aufstehen können und die Leiche verbringen können. Ja, aber das ist beim Gain einfach ein unfair, dass sie dich bei vollem Leben mit dem Grab killen können. Weil dann ist Leben sozusagen nützlos. Ja, der safe man. Dann ist Leben sozusagen irrelevant. Ja, bei dem Kampf ist es eh... Ja. Irrelevant. Und es ist unfair. Das kann sich ja nicht geben, du hast sowieso aufgehoben. Aber wozu soll man dann... Ich dann ernst? Doch. Aber wozu soll man dann nehmen, wenn du sowieso nicht wirst. Warte, bis sie aufsteht. Warte, bis sie aufsteht. Warte, bis sie aufsteht. Warte, bis sie zu dir schaut und leicht in die Richtung, die kann anzünden. Ich bin eigentlich, muss aber nicht. Ich will die Schraube. Warte, du kriegst nicht! das ist halt wenn du es nicht kannst hat schon mal geklappt ja bei bloodborne bleibt mir willkommen leichter als das doch das muss wohl kaum leichter als das so sein im ernst jetzt fühle ich schon so sie einfach verfehlt die teleportiert sich immer wenn nein die mauer ich kann gleich mal aus was da wollen wir wechseln nein also lute jetzt die bestätigung dass die wird doch ein Jahr dauern ja wg was die awg alles ist was was nein alles ist gut sagen du willst wirst wie hast du gerade die Säule schießen können der bewegt sich der atmet ja ich weiß aber trotzdem er ist ein lebenswesen tötet das lebenswesen das war es gut bei den alten Games sag auf keinen Atmen dieses Spiel wird kein leichtes sein nein 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 du bist der sterbe nicht das wäre gerade echt doch ein Hüppel wie immer aus Wut das war gerade echt ein Wutschritt oder warte warte na warum warte warum warte nicht weil es keinen Verschwendung war warte jetzt da war wer gelten wenn niemand sagen sollte was hast du gemacht drücke options und abgüssen du hast gerade so scheiße du hast gerade so ein scheiß mit gehabt weißt du das sicher nicht mal das runter gerade jetzt nicht jetzt nicht jetzt du bist so ein scheiß du bist so ein scheiß du bist so ein scheiß glücksesnilch du bist so ein scheiß glücksesnilch ich würde auch ein glücksesnilch sagen und jetzt warum das hat das wenn wir es von der kommen nicht auswählen kann Sehr schlau Ja, weil du nicht schlau bist Lockiert mich was Ja, keine Blödheit Das macht das schon kalt Ich glaube Du wirst es doch warm machen Ich kann nicht kalt sein Nicht ganz viel zu Oh, den Hals Was war das kalt? Ich kann auch nicht schon machen Du wolltest doch los können Ich habe es geschafft, oder? Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Fuck Ich habe es geschafft Weißt du was du machen könntest das nicht? Was? Nein Okay, ja Hast du noch ein Explosivbolzen? Ja Ja Du weißt was ich gerade drüber habe? Du lächst jetzt hin und geh und schießt ein Explosivbolzen an die Ecke Verstehen Verstehen? Nein Mach das Pause Warte Angst Nein, das ist kein Problem Das ist toll Du schießt jetzt gleich ein Explosivbolzen an die Ecke von der Bombe Du schießt jetzt gleich ein Explosivbolzen an die Ecke von der Bombe Ja ja und dann Genau, weil dadurch kommt eine Kettenreaktion Plan 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 Machen Das war's nicht Ja Ja Jetzt ist der Rettendeck gelaufen Und geht aber nicht selber drauf Die wollen wir gleich los sein Jetzt war ich hochgegangen Ich weiß nicht Was hast du denn? Du schaffst Okay, das war kein klar Ja Nach die Ecke Nach weiter in die Ecke rein, so gesprochen Du musst sie genauso haben, dass sie an die Seite dahinten Ja An der Seite dahinten Schieß einfach Ja 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 Hat sie das gut gemacht? Ja Glaube ich zumindest Alter Ja 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 Alter, weil es noch nicht Und was knapp war Äh 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 Ich halt Nein Ich bin schon Alter Ich hab' ne Ich hab' ne Anmation Ich glaube echt war die Anmation Ich hab' ne 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 Das war's Gesicht. Äh, ich dachte, das hat sie so, weil sie war so lahmertig. Nein! Alter, bist du... Hol dir die Statue. Scheiße, okay, sie muss tot sein. Basti, Kontrollpunkt laden. Du kannst den Kontrollpunkt nicht laden. Ich dachte eigentlich, du kannst... Ich dachte... Okay. Warte, Spiel, ähm, Spielwänden. Nein. Doch. Würde nicht den Kontrollpunkt laden, wenn du jetzt das Spiel beendest? Ja, aber das ist der da, wo ich keine Munition habe. Okay. Gut, dann auch was ist aufs Scream. So, dann, äh, ja, die Aufnahme wird wahrscheinlich eh gelöscht. Wir... Nein. Das ist... Autic. Ja, dann... Ja, geil. Ciao. Wir fangen trotzdem bei der Katzen an. Mit einfach Loris aufs Scream Köln. Ja, ja. Ja, ja. Kurz wegen welcher die Dinge. Bis dann gleich für euch in ein paar Sekunden. Ja, ciao. Mal schauen. Eigentlich nächster Part ab, wie geil. Ciao. Ciao. Ciao.